Nachdem Sie sich in der ersten Übung der allgegenwärtigen, reinen Bewusstheit bewusst geworden sind, ist es an der Zeit, diesen Zustand zu festigen. Hören Sie diese Anleitung einige Male an. Später machen Sie diese echte Art der Meditation selbst. Am besten zweimal täglich je etwa 20 Minuten. Echte Meditation versetzt uns in die Lage, das Nichts, die reine Bewusstheit, auszudehnen und uns daran zu gewöhnen. Das verändert unseren Geist, die Materie unseres Körpers und Lebens. Wir schwingen höher und finden uns in einem höherwertigeren Leben wieder. Durch den Kontakt mit der reinen Bewusstheit sind wir belebt und durchströmt mit Energie, Harmonie und Ordnung. Schon nach einigen Wochen regelmäßiger Übung werden Sie Veränderungen in Ihren Emotionen, Gedanken in Ihrem gesamten Leben feststellen. Sehr häufig auch die Menschen in Ihrem Umfeld. Bemerkungen, dass Sie eine tiefe Ruhe und Präsenz ausstrahlen, etwa sind üblich. Gefestigte reine Bewusstheit ist außerdem die Grundlage jeglicher Spiritualität und das Material, aus welchem Sie Ihr erwünschtes Leben aufbauen. Beispielsweise mit den Werkzeugen des Quantum Superiorum Seminars. Beginnen wir. Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl, an einem Ort, wo Sie die nächsten 20 Minuten frei von Störungen sind. Sind Sie erst einmal in echter Meditation geübt, können Sie überall meditieren. Für den Anfang sollten Sie aber möglichst Ruhe haben. Damit Ihr Verstand, das Ego, die anerzogenen Glaubensmuster und Gewohnheiten der Alltag zur Ruhe kommen können. Um der reinen Bewusstheit Platz zu machen, geben wir unserem Verstand ein Wort, ein Mantra. Suchen Sie sich ein Wort aus, etwa Liebe, Licht, Glück, Freude, Kraft, ich bin. Haben Sie ein Wort, dann beobachten Sie es. Sie denken immer wieder völlig unvoreingenommen Ihr Wort. Sie müssen nichts tun, um zu meditieren, sondern nur beobachten. Sie müssen nichts tun, um zu meditieren, sondern nur beobachten. Möglicherweise verändert sich das Wort. Das macht nichts. Sie beobachten einfach nur das Wort. Nachdem Sie nichts tun, außer immer wieder das Wort zu denken, nehmen Sie vielleicht Geräusche wahr, kommen Gedanken und Gefühle hervor. Lassen Sie dies geschehen. Sie beobachten einfach nur. Und wenn Sie Geräusche, Gedanken und Gefühle beobachten, werden Sie sich dessen bewusst und geben Ihrem Geist wieder das Wort. Immer wieder werden Sie sich in einer Lücke wiederfinden, in welcher nichts ist, bis Sie sich schließlich dessen bewusst werden und zu Ihrem Wort zurückkehren. Wichtig ist, dass Sie sich nicht einmischen und nichts tun, ausgenommen, immer wieder zu Ihrem Wort zurückzukehren und zu beobachten. Sie beobachten ganz unbeteiligt. Machen Sie diese Meditation regelmäßig und hören Sie sich in gewissen Abständen diese Anleitung an. Das Wichtige ist, dass Sie nichts tun und nur beobachten. Nach etwa 20 Minuten hören Sie auf, das Mantra zu beobachten und bleiben noch etwa eine halbe Minute mit geschlossenen Augen sitzen. Das ist wichtig. Wenn Sie anfangs nach der Meditation zu schnell aufstehen und in den Alltag übergehen, kann das zu Kopfschmerzen und Schwindel führen. Diese echte Art der Meditation wirkt sehr tief und verbindet Sie mit dem allumfassenden Feld hinter dem Leben. dem Feld, welches das Leben erzeugt, ordnet und kreiert. Der Kontakt mit diesem Feld bewirkt tiefe Veränderungen in Ihnen. Ihr Körper und Ihre Psyche werden ruhiger und geordnet. Entledigen sich Altersstresse und Belastungen. Sie baden in der lebensspendenden Quelle allen Seins. Beginnen Sie nun, Ihr Wort zu beobachten. Ich werde Sie nach 20 Minuten an das Ende der Meditation erinnern. Ich werde Sie nach 20 Minuten an das Ende der Meditation erzeugen. Ich werde Sie nach 20 Minuten an das Ende der Meditation erzeugen. ich werde Sie nach 20 Minuten an das Ende der Meditation erzeugen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Nehmen Sie einen tiefen Atemzug und öffnen langsam die Augen. Musik 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 Musik